Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei JustChristian und wir sind wieder im Shortcut-Format unterwegs und vergleichen heute mal meine Mittelklasse-Star, nämlich das Poco F3 mit dem Nord 2, dem Nigelnagel 9. Man bildert so ein bisschen in den gleichen Kreisen und ob das Nord 2 die Empfehlung wird in der Mittelklasse, das seht ihr nach dem Intro. So, da haben wir die Teile liegen und jetzt Shortcut-Format. Ihr wisst, es geht Razzifazit durch, Sprungmarken habt ihr unten auch. Wenn ihr mehr erfahren wollt und mehr Benchmarks und so weiter, dann schaut euch mein langes Video an. Da gehe ich da genauer drauf ein. Ansonsten geht es jetzt hier Razzifaz und ich gebe euch Entscheidungshilfe eventuell beim Kauf. So, von hinten haben wir sie liegen. Wir haben in beiden Fällen Glasrückseiten am Start. Wir haben den Kamerabump, der natürlich unterschiedlich designt ist. Hier geht man in Richtung 9er Reihe, hier geht man in Richtung Mi 11er Reihe. Die Anleihe sieht man da so, gefällt mir gut. Hier so ein bisschen permuttig, auch matt. Hier ist ein bisschen mehr Struktur drin. Dann auf der rechten Seite, wir haben in beiden Fällen einen Plastikrahmen, wobei man beim Poco sagt, das wäre wohl ein metallischer Rahmen mit einem Plastiküberzug. I don't care, ich habe meistens eh eine Hülle drum, deswegen ist mir das relativ Latte. Einen Ausschalter, hier doubelt der als ein Power-Button. Dann haben wir die lauter-leise-Wippe bei Poco auf der rechten Seite. Dafür haben wir den ikonischen Mute-Switch, den mag ich beim Nord 2 auf der rechten Seite. Linke Seite ist dann beim Poco blank gehalten. Dann haben wir hier beim Nord 2 den lauter-leise-Wippe. Finde ich von der Anordnung her viel, viel geiler, weil ich einfacher Screenshots machen kann und nicht immer, wenn ich beim lauter-leise im Dunkeln auf den einen Ausschalter tappe. Oben haben wir ein Mikrofon, hier haben wir noch Lautsprecher-Auslässe. Wir haben aber auch gleichzeitig noch Lautsprecher-Auslässe in der Hörmuschel. Dann haben wir noch ein Mikrofon auch hier in diesem Grill eingebaut. Und wir haben einen Infrarot-Blaster. Sehr geil, das haben wir nicht beim Nord 2. Dann haben wir unten nochmal Ausgang von einem Lautsprecher. Dann haben wir noch ein Mikro-USB-C 2.0. In beiden Fällen hier haben wir auch einen Mikro-Lautsprecher. Und in beiden Fällen der Dual-SIM-Schacht. Beide sind nicht erweiterbar, was den Speicher angeht. Das ist schade, aber es ist halt mal so, es gibt auch in beiden Fällen eine 256-Gigabyte-Variante. Wobei die dann beim Nord 2 gepaart ist mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und beim Poco gepaart ist mit 8 Gigabyte. In meinen Fällen habe ich die Basisvarianten 6 Gigabyte, 128 Gigabyte und hier 8 Gigabyte, 128 Gigabyte. So, von vorne, ihr seht schon, die Größen sind unterschiedlich. Das größere Gerät ist auf jeden Fall das Poco. Das kleinere dann natürlich das Nord 2. Leichter um 7 Gramm ist auch das Nord 2. Handlicher ist es auch. Displaygröße 6,43 Zoll zu 6,67 Zoll. Also wer gerne ein etwas handlicheres Gerät möchte, greift eher dann wahrscheinlich zum Nord. Aber beide fühlen sich super in der Hand an. Die Verarbeitung ist in beiden Fällen auch bombastisch gut. Gefällt mir richtig gut. Fingerabdrucksensoren. Wir haben den im In-Display. Der funktioniert super. Ja, und hier habe ich sogar schon mal so ein bisschen meine Battery-Time gespoilt. Und hier geht er, na, auch richtig gut und richtig performant. Ich mag den auf der Seite, weil man einfacher Panzergläser anbringen kann, ohne darauf achten zu müssen, dass der Fingerabdruck unter dem Display damit zurechtkommt. Schönes Stichwort Display. Nächster Punkt. Wir haben in beiden Fällen natürlich AMOLED-Technik verbaut. In beiden Fällen sind das schöne Displays. Mit dem Unterschied 90 Hertz beim Nord 2 und 120 Hertz beim Poco F3. Dazu kommt noch eine Abtastrate von 360 Hertz beim Poco und beim Nord 2 sind das nur 135 Hertz. Im Alltag merke ich da keinen Unterschied, was die Abtastrate angeht. Bei Spielen eventuell so schnelle Shooter, da ist das Poco dann, denke ich, im Vorteil. Wo ich einen Unterschied sehe, ist in den 120 Hertz. Ihr seht den jetzt nicht, weil mein Video nur mit 30 Frames aufgenommen wird. Aber da sehe ich dann doch schon den Unterschied. Aber nur, wenn ich sie direkt nebeneinander benutze und nicht, wenn ich sie getrennt nehme. Wenn ich sie getrennt nutze, dann reicht mir auch die 90 Hertz. Aber im direkten Vergleich haben wollen Faktor hier beim Poco F3. Auch noch ein weiterer Unterschied ist die Platzierung der Notch. Ihr seht die, hier ist sie links im Display, hier ist sie in der Mitte und viel, viel kleiner. Gefällt mir auch gut. Beide Fällen haben sie aber auch ein dickes Kinn, was von der Optik her relativ gleich aussieht. Von den Proportionen vielleicht etwas dünner beim Nord 2, aber das wäre jetzt nitpicking. So weit müssen wir da gar nicht gehen. Wo ich aber noch einen Unterschied sehe, ist in der maximalen Helligkeit. Ich scheppe mal voll auf. Da gefällt mir das Poco auf jeden Fall besser. Gerade draußen im Sonnenlicht. So drinnen und so weiter ist es kein Problem. Auch das Poco wird draußen hell genug, sag ich mal. Entschuldigung, das Nord wird draußen hell genug. Wobei das Poco dann immer noch ein bisschen Reserve hat, was mir dann einfach mehr gefällt. Unterm Strich geht das Display-Kapitel eindeutig an das Poco und wir können weiter zum nächsten Punkt. Kommen wir mal zur Software. Wir haben in beiden Fällen Android 11 natürlich. Hier ist MIUI 12.5 schon drüber. Und hier ist die brandneue Oxygen S 11.3, koingeniert mit Oppo. Was man jetzt mag, das ist jedem selbst überlassen. Ich mag MIUI ganz gerne, weil ich einfach dieses getrennte Kontrollzentrum und Benachrichtigungen haben kann. Kann man auch ausschalten. Jeder, der Android mag oder jeder, der Android nutzt, findet sich in beiden Fällen zurecht. Beide haben ein Update oder beide haben den Sicherheitspatch vom Juno drauf. Da könnte jetzt bald wieder was kommen. Wir sind aber in der Mittelklasse, sodass da alle drei Monate wahrscheinlich nur was kommt. OnePlus verspricht zwei Jahre US-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates. Und Xiaomi aka Poco oder Poco aka Xiaomi, die sprechen sich da nicht ganz so deutlich aus. Aber ich denke, dass wir hier auch zwei große Updates kriegen sollten. Eins auf jeden Fall. Wie das mit den Sicherheitspatches läuft, weiß ich dann allerdings nicht, wie lange die die bekommen. Ja, aber nur, dass ihr wisst, was abgeht. Kommen wir zur Performance. Und Performance ist in beiden Fällen bombastisch gut. Wir haben hier den Mediatek Dimensity 1200 AI. Das AI bezieht sich auf ein bisschen gemeinsame Entwicklung mit OnePlus. Und hier haben wir den Qualcomm Snapdragon 870. Und ihr wisst, das ist ein letztjähriger Flaggschiff-Prozessor, der ein bisschen überarbeitet wurde. Das ist der 865 Plus. Hat einen neuen Namen gekriegt und vielleicht hier ein oder andere Megahertz bei der GPU mehr. Aber ansonsten ist das eigentlich der letztjährige Flaggschiff-Prozessor 865 Plus. Und in beiden Fällen performen die SOCs bombastisch gut. Ich habe hier im Poco 6 GB RAM und im OnePlus 8 GB RAM. Und in beiden Fällen reicht mir das total aus. Und jetzt kriege ich gerade hier Besuch von meinem kleinen Sohn. Möchtest du denn mitmachen bei meinem Video? Willst du hierher kommen, willst du mitmachen? Oh, der ist beleidigt gerade. Das ist doch aber ein Shortcut-Video. Komm her. Wir waren bei der Performance. Beide performen wunderbar. Benchmarks ist der Snapdragon etwas stärker als der Mediatek. Aber im Alltag kein Unterschied. Gar nicht. Was die Performance angeht, was bei Spielen angeht. Genshin Impact habe ich euch schon erzählt. Da wird er gecappt auf 50 Frames maximal. Das habt ihr nicht. Bei einem Qualcomm-Chip. Das ist alles okay. Das würde ich keinen Sieger küren wollen, was die Performance angeht. Ich habe Benchmarks durchlaufen lassen. Ich habe da Stress testen machen lassen. Jetzt guckt euch mein anderes Video an. Beide drosseln in meinem Use Case, wie ich sie getestet habe, auch nicht runter. Das ist in beiden Fällen eine Top-Angelegenheit. Also das ist für mich ein ganz klares Unentschieden. So, der nächste Punkt. Und das sind die Lautsprecher. Auch hier würde ich ein Unentschieden verteilen. Das Poco hat den etwas schöneren Sound. Dafür ist das Note 2 etwas lauter, aber auch nur marginal. Hört sich dafür vielleicht ein bisschen dünner an als das Poco, aber beide Stereo-Lautsprecher. Ich habe hier noch die Möglichkeit, Dolby Atmos und so weiter zu machen. Das ist aber in beiden Fällen eine super Sache. Das macht auf jeden Fall Spaß in beiden Fällen. Jetzt reden wir über die Akkus. 4.500 mAh im Nord 2, 4.500 und wahnwitzige 20 mAh im Poco. Du lässt das da liegen, Freundchen. Merke ich da einen Unterschied in der alltäglichen Nutzung? Ja, ich komme hier circa eine halbe Stunde, je nachdem was man macht, halbe Stunde bis Viertelstunde mit dem Nord, oder vielleicht auch mal 45 Minuten, je nachdem halt. Sagen wir mal halbe Stunde im Schnitt, komme ich mit dem Nord länger als mit dem Poco. Der Dimensity ist unheimlich gut, wenn es um Effizienz geht im Vergleich zum 870er. Das macht er schön. In meinem Benchmark habe ich einen Unterschied von zweieinhalb Stunden. Das ist aber nur Benchmark. Ist das nicht so repräsentativ? Aber hier geht der Vorteil auf jeden Fall an das Nord, was die Laufzeit angeht. Geladen wird mit 65 Watt beim Nord 2 und beim Poco wird mit 33 Watt geladen. Das ist beim Poco schön und beim Nord 2 richtig geil. Beide können kein Wireless Charging, das ist ein bisschen schade. Hätte ich ja gefeiert, wenn das in diese Klasse Einzug gehalten hätte. Aber ansonsten sind 33 Watt schön und die 65 Watt auch. Wenn ich einen Sieger kühlen muss, natürlich, das Nord 2 muss das gewinnen, weil es einfach die etwas längere Laufzeit hat und weil es das schnellere Laden hat. Deswegen gewinnt Batterie auf jeden Fall das Nord 2. Jetzt zur Kamera. Beispielfotos habt ihr in meinem anderen Video. Kurz, wir haben einen Hauptsensor beim Nord 2 50 Megapixel Sony IMX 766 und der ist herausragend gut. Wobei ich auch der Meinung bin, dass die Software eigentlich da noch mehr rausholen könnte. Aber der ist noch relativ neu, der Sensor. Der ist aus den Flaggschiffen. In Zukunft wird da, denke ich, noch das eine oder andere kommen. Hier haben wir den Hauptsensor einer etwas älteren 582 am Start. Der macht noch okay Bilder. Unterm Strich ist das eine Schnappschusskamera und das Nord 2 ist eine, ich nenne es mal, ambitioniertere Schnappschusskamera, die einfach einen Hauptsensor hat, der mehr Luft nach oben bietet und auch die besseren Fotos und Videos macht. Frontkamera, ultra weit sind sie wieder relativ ähnlich. Da ist mal das eine, mal das andere besser. Aber unterm Strich geht die Kamera, das Kamerakapitel, eindeutig, oder das heißt eindeutig, es geht an das Nord 2. Aufgrund des besseren Hauptsensors, der noch Luft nach oben hat. Die er aber noch ausschöpfen kann. Hier sind wir ziemlich am Ende. Der Sensor der 582 ist schon ein etwas älterer. Aber dafür ist es... Hey! Dafür ist es nur eine Schnapp... Hörst du auf, du Freundchen? Ist nur eine Schnappschusskamera. Ihr seht, ich werde sabotiert hier. Das ist ein Shortcut-Video, das soll schnell gehen. Du bist ja geil. Schön, wenn man Kinder hat. Ich sag's euch auf jeden Fall. So, kommen wir zum letzten Punkt und das ist die Konnektivität. Bevor wir ins Fazit gehen, wir haben hier alles drinne. WiFi 6, Bluetooth 5.2 beim Nord, 5.1 beim Poco. Wir haben alle Bänder in LTE und 5G, die wir brauchen. Wir haben einen Infrarot-Port beim Nord 2. Das ist super gut. Den feiere ich da. Damit kann ich nämlich alles steuern, alles machen. Setup-Boxen und so weiter. Das fehlt mir beim OnePlus so ein bisschen. Ansonsten habt ihr alles. Es gibt kein Wireless-Charging. Es gibt keine IP-Rating. Es gibt keinen Headphone-Jacken. Es gibt keine Speichererweiterung mehr. Da sind sie relativ gleich. Also, Konnektivität würde ich da jetzt nichts großartig an Sieger küren. Was mich dann auch schon zu meinem Fazit bringt. Klarer Fall für mich. Immer noch das Gerät, was ich nehmen würde und empfehlen würde, das Poco. Warum? Es kostet 300 Euro über den dicken Daumen, je nach Angebot. Hier sind wir bei 400 Euro. Das ist ein Aufpreis von 100 Euro. Was kriege ich für den Aufpreis? Ich kriege das schnellere Laden. Eventuell ein Jahr mehr Sicherheits-Updates. Und ich bekomme den besseren, auf jeden Fall besseren Hauptsensor und die etwas bessere Akkulaufzeit. Die ist aber zu vernachlässigen in meinem Use Case. Da ich die Kamera nicht so sehr brauche im Alltag, spare ich mir die 100 Euro locker und die 33 Watt Laden reichen mir da. Wobei die hier schon echt geil sind, die 65 Watt. Das heißt, es liegt an euch. Wollt ihr unbedingt eine richtig, richtig gute Hauptkamera, die noch Luft nach oben hat und Verbesserungswürdig oder Potenzial zur Verbesserung hat, dann das Nord 2. Wenn euch das egal ist, dann ist das Poco auf jeden Fall immer noch mein Star der Mittelklasse. Weil einfach 100 Euro dazwischen liegen. Das war mein Shortcut-Video mit kleiner, feiner Unterstützung meines Kindes. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt von dem Vergleich, schaut euch mein langes Video an. Da habe ich euch die ganzen Benchmarks und da gehe ich auch tiefer ins Detail. Für euch jetzt eine kleine Entscheidungshilfe, wenn ihr was kaufen solltet. Deswegen sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.